Da sind wir wieder zurück in Anno, auf Monestoy, Monetoy, nicht Moness, Monet, und wir werden uns darum kümmern, ja, vielleicht sollten wir jetzt anfangen mit die Glas, oder Fenster, ist nicht verkehrt, Quartz, Sand, Glashutte, Holzfäller, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, haben wir nicht Holz übrig, nee, nee, los, warum kann ich das nicht ausbauen, weil ich dafür Gläser, äh, Fenster brauche, ähm, Holz sind wir tatsächlich im Plus, achso, weil wir gerade keine Bretter mehr produzieren, deswegen ist Holz im Plus, ja, gut, dann können wir das aber erst mal mitnehmen, wo setzen wir es hin, wo es keinen stört, achso, auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir Sand abbauen können, Gibt es eigentlich eine weitere Küste? Äh, ja, hier hinten, dann werden wir nach hier gehen, einfach mal hier die Hauptstraße nehmen, so, bis nach hinten, und eigentlich brauche ich dafür Glas, alles klar, Ja, na gut, soll passen, also, wir brauchen Quartz, Sand, 30, 15, heiß, wir machen erstmal die Expedition, so, verheddert, die riesigen schwimmenden Algenteppiche in diesen tropischen Gewässern galten lange Zeit als unpassierbar, als sie gerade dachten, ihr Schiff hätte die gelborangenen Pflanzen erfolgreich gemieden, entdecken sie ja ein anderes Schiff, auf dessen Alarmglocken schrillen, es steckt fest, ihre Männer hatten, achso, ihre Mannschaft hat keine Rettungsausrüstung dabei und würde Gefahr laufen, sich ebenfalls zu verhellern, wollen sie versuchen zu helfen? Das kenne ich auch schon, aus sicheren Entfernungen helfen, mit einer Harpune auf das Seil, ein perfekter Schuss, mit genau bemessener Schusskraft und präziser Ausrichtung schlägt die Harpune an Steuerbord des, Ansteuerbord? Am Steuer, Ansteuerbord? Ja, des stecken gebliebenen Schiffs ein, ohne dabei den Rumpf allzu sehr zu beschädigen. Die Mannschaft an Bord bindet das Seil an die Regel legen und wartet auf ihr Kommando. Eine Boje an der improvisierten Seilbahn festigen und so eine Transportmöglichkeit schaffen, die Seeleute dazu aufwollern, ja, wir machen die Boje, aha. Aha, die Boje löst sich beim ersten Rettungsversuch, sobald einer der Seeleute die Vorrichtung erklimmt, rutscht sie ab und lässt ihn ins Wasser stürzen. Durch die Wellen teilen sich die Algen und offenbaren, wie unbedeutend das Hindernis war. Es war die Windstille und nicht die Pflanzen, die das Schiff an der Weiterfahrt hinderten. Die Mannschaften beider Schiffe sehen hilflos zu, wie der Mann im klaren Wasser ertrinkt, bevor sie... Wat? Aha. Ja, gut, ist er gestorben. Ungeil. Also, ich brauche einmal Holz, ja. Also, wir machen einmal Holz. Ah, wir machen keinmal Holz erstmal nicht. So, wir brauchen... Vier davon. Vier? Zwei davon, zwei davon, vier davon. Vier davon. Äh, das gefällt mir eigentlich nicht. Ist ja überhaupt ein Eingang. Da gibt's einen. Gut. So, zweimal Quartz. Dann... Naja, okay. Müssen wir hier hinsetzen. Den Kontor. Den wir auch direkt ausbauen. Dann brauche ich zweimal Glashütte. Zweimal Glashütte. Und ich brauche viermal Fenster. So, wie viel Arbeiter brauchen wir? Oh, 400. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Muss ich erst machen. Okay, müssen wir erst machen. Ähm... Du wirst abgegradet. Ihr werdet abgegradet. Ihr werdet abgegradet. Achso, der war schon. Ganz durchblicken tue ich aber auch manchmal nicht. So, die haben wir. Ich denke, bei euch wird's dann später mangeln an... ...ner Kirche. Okay, die Kirche geht relativ weit. Ich würde aber tatsächlich eher gerne die hier nehmen. So, 216. Und dann erweitern wir euch plus euch. Dann sind wir bei 200, können also zwei Glasfabriken bauen. Okay. Erweitern die sich eigentlich gerade schon? Nee, ne? Weil ich noch keine... ...Nähmaschinen. Ja, ich habe noch keine Nähmaschinen. Gut, dann machen wir ganz kurz die Mission hier. Das muss Ihnen undankbar erscheinen. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Ja, sieben Segel kannst du sofort haben. Sie verleihen meine... Wir haben Grund zum Feiern. Einfluss aller der alten Welt. Zufriedenheit plus drei plus Zusatzversorgung. Was? Irgendeine Zusatzversorgung. Okay. Das erste Mal sowieso unwichtig. So, da unten muss ich hin. Gut, dann machen wir erst mal tatsächlich nur... ...zwei Fensterläden. Also zwei Fensterproductions. Fensterproductions. Records. Ja, mein Vieh? Ja. Äh, ich kann es natürlich auch anders bauen. Können wir da einfach mal ein bisschen für... ...dings sorgen. Gut, durch noch ein wenig aus. Gut, durch noch ein wenig aus. Garten, Bänke, äh... ...Hackenende. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Okay. Die Menschen wissen nicht immer, was das Beste für sie ist. Ja, komm mal mal. Aufstandswahrscheinlichkeit ist mir egal. Sie haben an Einfluss verloren. Die Menschen wissen nicht immer, du schöpfst Wut aus deinen Überzeugungen. Ja, das ist... Äh, ja. Richtig so. Pressen Sie den letzten Tropfen aus diesem Stein. Ja, ja. So, hier können wir theoretisch das Ganze mal... Ne, Quatsch. Wo bin ich denn? Ich bin am Anfang. Ich bin ans Ende. Da hab ich erst mal nur das. Da können wir nämlich mal... ...auch das mit den Hecken machen. Der Teufel fordert seinen Tribut. Oh, Gott. Ich bin aufgeregt. Ich glaub, wir haben's gleich. Wir sind gleich in der neuen Welt. Äh, was ist denn da los? Dr. Möchster hat uns eine Utopie versprochen. Ach, hier ist schon wieder... ...Äh, Flüchtlinge. Alle Minen und Steinbrüche. Wir liegen ihnen wirklich am Herzen, oder? Ja, absolut. Minen und Steinbrüche. Guter Mann. So was war sie. Sie haben dich mit all ihren Lügen vollgestopft. Und du hast nicht mal gekriegt. Wohngebäude, deren Bedürfnisse nach Varieté erfüllt ist, erhalten Rum und Fleischkonserven. Uh. Wow. Ich muss unbedingt dieses Gebäude bauen. Und ein Varieté. Was ich aber schon bauen könnte. Ah, da muss ich ja das Varieté auch in die Nähe bauen. Da soll aber kein Problem sein. Da müssen wir die Häuser da wahrscheinlich nochmal verschieben. Gut, wir machen erstmal die Expedition. Wir sind in der Nähe. Steht aus Gold. Abblätternde Farbe und goldene Tinte. Diese Karte könnte sie nach El Dorado führen. Kenne ich auch schon tatsächlich. Eifrig wisst man die Seele heute und träumen von Reichtum. Die Karte ist die vielversprechendste Spur zu der prächtigsten goldenen Stadt, die sie je gesehen haben. Die Karte ist kein Einzelstück. Mehrere Expeditionsmannschaften sind ihr bereits gefolgt. Doch jede dieser Reisen endete verhängnusvoll. Kann ihre Mannschaft sich gegen die Herausforderung auf der Karte der Maya behaupten? Einen Führer anstellen. Wir machen die Karte ohne Hilfe. Die Seele heute können sich nicht orientieren. Sie werden vom Dschungel verschluckt, fallen in die Grube und sind tot. Ja, da hätte man noch eine Sonderbelohnung bekommen. Ich hoffe, wir sind bald da. Ja, da müssen wir mal ganz kurz noch ein paar Häuser verschieben. E-D-Made im Speck. Bäm. Bäm. Ist das richtig, was ich mache? Ich glaube, ja. So, und jetzt würde ich gerne verschieben. Und dann muss ich gucken, wie das Varieté steht. Ja, das sollte passen. Äh, die vier Häuser kommen weg. Boah, da würde ich mir jetzt so viel sparen. Na, wir verschieben das mal. Dann können wir uns hier auch nochmal zwei Häuser klemmen. Okay, da hinten brennt es irgendwo schon wieder. Da machen wir nämlich hier nochmal das Varieté hin. Äh, drehen. So, dann machen wir Steinstraßen hier schon mal hin. Und da setzen wir hin Gartenbänke oder Denkmäler. Wir können doch mal Denkmäler setzen. Gibt es eigentlich verschiedene? Nur eins. Springbrunn-Garten. Na, okay. Ist leider zu groß. Garten. Und das würde ich gerne auch nochmal ändern jetzt. Was hat was? Heckenende. Ne, ich hätte tatsächlich gerne ein Heckenende, ja. Ne. Dann knallen wir uns da, würde ich sagen, noch einen Eingang. Oh, voll. Die paar Meter da. Müssen die Leute halt mal außen rumlaufen. Ist ja nicht so wild. Was brauche ich denn hierfür eigentlich? Nischt. Doch. Fünf Fenster. Ja. Das werden wir auch sofort setzen. Und hier kommt rein. Zufriedenheit plus drei. Plus das mit dem Varieté. Jo. Gilt für alle Wohngebäude. Okay. Und der andere Typ war der hier. Auch nochmal. Zufriedenheit. Zusatzeinkommen. Auch schön. Beeinfluss alle Bauernhäuser. Bedürfnisbonus. Einwohner sind mit Varieté versorgt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay, das ist gerade super geil. Einwohner sind versorgt mit Varieté. Und hier Bedürfnisse, die nach Varieté erfüllt sind, erhalten Rum und Fleischkonserven. Ich brauche das Varieté in dem Sinne eigentlich nicht. Also, kann es trotzdem bauen, weil der Radius halt größer ist. Aber das ist natürlich hier super geil, die Kombination. Was brennt es denn hier immer? So, jetzt mache ich hier nochmal Riesenplus. Und ihr seid versorgt mit, naja, noch nicht ganz, aber gleich mit Rum und mit Fleisch. Spitze. Ganz, ganz, spitze. Boah, ich spare mir gerade so viel. Where is our Königin Queen? Sondermeldung über Mercedes-Benz. Ja, das ist ja wie eine Kampagne. Aha! Okay, nach Cap Trelawney wird es dann also gehen. Es wird Richtung Cap Trelawney dann gehen. Auf die dritte Karte. Von hoffentlich vier. Oh, ich kann ein Linienschiff brauchen. Ja, bitte, ein Linienschiff. La la la, la la. La la la, Linienschiff. Schön. So, wir bauen erstmal weiter Häuser. Du bist jetzt Teil von etwas Bedeutsamem. Eine Schmuggelaufgabe. Das ist Gleichgültigkeit. Ist das Krabunkel der Gesellschaft. Was für ein Bunkel? Krabunkel? Rabimmel, Rabammel, Rabamm. So, hier können wir ein paar Laubbäume setzen. Da können wir auch nochmal welche setzen. Und da vorne meinetwegen eine alte Tränke. Das ist wahrscheinlich andersrum, oder? Wow, ich kann es ja erkennen. Jetzt mal so rum, plus ein Blumenbeet. So. Genau vor die Mine. Naja. So, dann haben wir das. Dann machen wir hier hinten gleich nochmal weiter. Wir bauen nämlich Menschen. Mehr Menschen. Menschen. So, da brauche ich theoretisch keinen Weg. Obwohl, ich könnte tatsächlich einen nach hinten setzen. Und kann da nochmal das hinhauen. Und dann machen wir uns hier mal etwas Größeres. Was? Pizzabänke? Piazzabänke, ja. Heckenecke. Also, es ist natürlich hier überhaupt nicht richtig, dass ich das setze. Weiter eng. Gerade, Hacker. Gerade, Hacker. Und in die Mitte können wir meinetwegen irgendwas Kleines setzen. Wie gesagt, für die Ecke hinten absolut unpassend, aber egal. Haben wir sie auch mal ausgefüllt. So, Arbeiter haben wir. Dann hauen wir uns nochmal ein paar neue Amigos dazu. So, jetzt haben wir auch wieder überall im Plus. Die Menschen lassen sie hochleben. So, bitte. Oh, nee, es geht aber noch weiter. Der irre Prediger. Der Kaplan geht mit seinen Predigern zu weit. Mit seinen? Ja. Predigten zu weit. So rum. Der Mann des Glaubens gibt dem angeblich ketzerischen Verhalten der Offiziere die Schuld für jedes Unglück und jede Gefahr auf dieser Expedition. Es gelingt ihm Misstrauen und Wut in den Seeleuten zu wecken, denn seine Predigten gehören mittlerweile zum Alltag der Mannschaft. Die Seeleute beginnen genauso zu reden wie er und die Leutnants fürchten um ihre Autorität. Beweisen, dass er geisteskrankt fühlt. Der Schiffsarzt beweist seine eigene Paranoia. Ja, wunderbar. Der Arzt unterbricht die tägliche Predigt des Kaplanens bei einer lauten Anschuldigung. Die Seele ist armen Geistlichen und wurde tatsächlich von einer Geisteskrankheit geplant. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, als er seine eigene Meinung kundtut. Anstatt medizinische Fakten zu nennen. Kaplan lässt ihn wohlwollend weiterreden. Sein Einfluss auf die Mannschaft wird, und was wird wird, durch dieses Spektakel nur noch größer. Und die Leutnants müssen ihn für eine Restreise ertragen. Wir sollen noch mehr Tote anhäufen. Ach, wir haben es geschafft. Danke. Das war keine wirklich erfolgreiche Expedition, muss ich sagen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowart. Herzlich Willkommen in der neuen Welt. Ach, diese Inseln sind einfach so toll. Unbesiedelte Insel. Mal gucken, wie groß die ist. Steuermann? In Empfang, neben Klipper. Achso, ja, danke. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Ich bin Isabelle Samento und ich werde mein Land befreien. Ei. Bist du für oder gegen mich? Äh, absolut für gegen dich. Geh, ich vertraue dir. Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Zum Glück haben wir mächtige Freunde. Feinde? Freunde. Rude übernehmen. Jut, dann schicken wir... All die sagenhaften Länder existieren wirklich? Ja, ja, ja. Alles gut. Das müssen wir machen, um Cop Trelawney freizuschalten. Cop Trelawney wird... Rude eingezeichnet. ...dann hoffentlich mein Meisterstück. Das wird meine absolute Hauptinsel werden demnächst. Also, irgendwann mal. Nicht gleich demnächst, aber demnächst, demnächst. Da fährt ein Schiff. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Achso, wir sollten vielleicht auch mal gucken, ob die hier schon geeignet sind. Ja, nee, eigentlich... Nein, weil... Oh, die ist schön. Muss ich nur gucken, wo der Ausgang quasi zum Meer ist. Wir fahren hier hin. Die gefällt mir. Mit der kann ich arbeiten. Dann setzen wir nämlich hier den Hafen. Dann haben wir nämlich ganz kurze Versorgungswege nur in die alte Welt. Ist das Pirat, wa? Makrele, Piraten-Kanonenboot, Jean de la Fortuna. Kennen wir den schon? Nein. Uh. Jetzt sind gleich wieder... Vielleicht erhöht. Nein! Steck mir ein vornehmes Gequatsche sonst wohin. Wir nehmen es. Wir nehmen es. Gott möge dich unterrichten. Da fährt auch irgendwas. Das sieht aber eher aus wie ein Handelsschiff. Oh, nee. Hier ist wirklich schon eine Insel vom Konkurrenten. Ach, diese räudigen Flüsse immer. Kommt die Brühe hier wirklich schon so raus? Ah. Wobei der Wasserfall... Das ist natürlich geil hier, dass die sich treffen und dann zu einem Wasserfall ins Meer enden. Das sieht auch immer so geil aus. Ach, das ist wirklich bildhübsch. Also auch diese ganze Region hier gefällt mir einfach immer wieder. Hat man echt toll gebaut. Also, oder designt. Gebaut hat man es nicht. Sehr schön. Baut der jetzt eine weitere Insel? Nee, oder? Hör mal auf. Ich suche noch jemanden, der das Deck... Der das Deck schrubbt. Bereit für den Einsatz. Äh, was kommt da aus dem Wasser? Sind es etwa... Wale? Ja, tatsächlich Wale. Wale! So, jetzt müsste ich das hier gleich auflösen. Und zwar genau jetzt. Jawohl. Das ist auch nochmal eine Rieseninsel. Hier könnte man auch an Land gehen. Das ist aber noch ein kleiner Strand. Wie sieht denn unsere Insel aus, die wir gleich haben? Ja, kleiner Wasserfall. Kleiner Fluss. Der endet... Auch im Meer, okay. Und auf der anderen Seite... Da ist nisch. Das ist schon mal gut. Haben wir nochmal einen Fluss. Der auch entspannt im Meer endet. Mit so einer Doppel... aus wie so eine kleine Schlange. Oder? Oder? Oder Eiskalt als Schlange abtun. Hier, Maul. Sack, Körper. Das sieht ja auch geil aus. Oh, herrlich. Da möchte man noch glatt wirklich stehen, oder? Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Aus, Balthorat. Ja, danke, Kapitano. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh mein Gott. Stopp, 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 stopp. Ah, Frieden... Nein! Waffenstillstand. Dachtest du, du hättest... Ja, super. 13.000, nehm ich. Trinkt's unmöglich. Oh, wieder zwei Stunden. Super, super. Wir nehmen es. Wir nehmen es. Erwarten neue Horizonte. Erwarten? So, stopp, stopp, stopp. Ich hätte das Kontor gerne... Hier. Du fühlst dich überall zu Hause, Balthorat. Alter, krass. Sogegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Äh, was? Achso, militärischer Fortschritt. Wollte grad sagen, warum? Ich hab ja gar nichts gemacht. Ah. Ja, ich bin am überlegen, ob ich direkt die nächste Insel auch noch einnehme. Ähm. Schönen Augen. Welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Larusan? Äh, oh, meinetwegen. So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Das ist eh nicht meine Insel, äh, meine Ecke. Von daher passt schon. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wir sind unterwegs. So, damit hast du ein bisschen was zu tun und kannst du uns mal die gesamte Karte, also zumindest alle Inseln aufdecken. Ja. Die Waffenruhe wurde beendet. Karl-Leonard von Malching wurde beendet. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Okay. Es hat irgendwo gebrannt. Das weiß ich selber noch nicht. Äh? Okay, wo hat's gebrannt? Steuermann! Ja, okay. Irgendwo hat's gebrannt. Die Zeit ist jetzt. Du musst handeln. Erhebe dich. Erwache. Eine Abrissaufgabe? Die leiseste Andeutung eines Erfolgs wäre immer noch deine Andeutung von der Welt. Reißen sie Kirche ab? Ja, das wäre jetzt ein bisschen einfach. Ja, okay. Es geht auch tatsächlich nicht. Ähm. Nö, mach ich nicht. Ich rechst ja nicht meine Kirche ab. Hast du eine Meise? Zahnfleisch, das blutet. Halt schneller. So, was hast du? Hallo? Ja, volldampf voraus. Tribegoat. Ruder übernehmen. Ein Schiff ist von einer Überwaffungfahrzeuge. Okay, warum bist du nicht mehr die 1? Okay, du fährst jetzt erst mal nach Hause. Dann muss ich mir überlegen. Ah, ich hab vergessen diese... Nee, Fenster baue ich ja. Wieso habe ich denn 316? Ach, na klar, weil ich jetzt ja... ...die Dings mache. Also hier die... ...die... ...die Typen hier habe. Ganz ehrlich, Varieté brauche ich jetzt erst mal nicht. Also ich kann den Blueprint da gerne lassen. Aber wirklich brauchen? Nee. Oh, den Zoo kann ich jetzt anfangen zu bauen. Oh, let's go. Ja, gut. Dann knallen wir uns den Zoo, würde ich sagen, hier hin. Da haben wir exorbitant viel Platz. Vor dem Vögeln wach. So, dann machen wir uns das mal ein bisschen feiner und schicker. Nicht zu glauben. Äh. Gibt es ja noch schöner Sachen? Pass auf, wir bauen es lieber so. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie hübscher. So, Ende, Ende. Okay, so, dann haben wir da die Verbindung. Und, was ist da los? Ach, ich brauche eine... Ich brauche wirklich eine Verbindung. Ah, das sieht auch scheiße aus. Das gefällt mir auch nicht. Ach so, das muss ich ja alles einzeln abreißen. Ja, gut, dann machen wir es so. Ach der, jetzt weiß ich, wen du meinst. So, dann müssen wir hier... Viel, hilft viel. Und die ersten Gay-Hey-Gay. So, sie können ein Musik-Pavillon pro kulturellem Gebäude errichten. Hatten sie über ein paar Tituren Ausschau. Jo, das weiß ich tatsächlich auch schon. Party-Tour. Einer vom Stapel gelaufen. Party-Tour. Das ist ein bisschen klein, glaube ich, kann das sein. Geldmäßig, 81.000. Musikbar, ja, sehr schön. So, jetzt kriegen wir nämlich auch die erste Party-Tour. Na, schenkt er sie mir? Da ist er. So, Attraktivität. Ja. Erhöht Attraktivität für kulturelle Items. Sieht so, ja, 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 bla, bla, bla. Alter, Verkaufspreis ist so krass. So, falscher Stolz. Taschenspielertricks. Die Illusion von Glück. Die Illusion von Glück. Sehr schön. Gut, dann sehen wir... Selbst bei diesem hellen Mond giert es mich nach Sternenlicht. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Finden und holen sie Fackelträger. Was? Deine Leute erheben sich wie gepeinigtes Vieh, das einmal zu viel von der Knute gekostet hat. Alter. Fackelträger, leck mir doch. Okay, ich wollte eigentlich gerade Feierabend machen. Oh, jetzt muss ich ja noch so einen... so einen Typen finden. Fackel? Da war irgendwas? Könnte ich dir gerade was anfassen? Da ist er doch. Mir ist schwindelig für lauter Dankbarkeit. Alter Schwede. Sehr schön. So, dann haben wir das nämlich auch noch erledigt. Kriegen wir dafür irgendwas? Nee, ne? Keine Strafe. Feierabend. Und bis morgen. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ist es denn eigentlich mittlerweile... Ich bin wirklich am Herzen, oder? Ja. Ja, ach wie schön. Bier geht nicht voran, aber Bier wird ja noch abgeholt. Sehr schön. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Natürlich. Dass ich jetzt hier nicht mal einen Grund drin habe. So, dann schwachen wir uns direkt noch mal ein bisschen Schnabbes. Schnabbes. Jo, Schnabbes. Und... Ach Gott. Herzlichen Dank. Wir machen immer noch extrem Minus. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir hier so viel Minus machen. Aber... Ja gut, schwamm drunter. Äh, solltest du nicht Sachen aufheben? Steuermann. Achso, okay. Und dann machen wir hier morgen weiter. So, jetzt wirklich Feierabend und ciao. Tschüss. Auf Wiederschauen. Tschüss. Ja. 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 Vielen Dank.